Ich begrüße Sie zu diesem Video. Hier können Sie uns bei der Zerlegung und Diagnose des Motorschadens an einem Porsche 356 Carrera 2 aus 1962 begleiten. Es handelt sich um den Porsche Motor Typ 587-1, der umgangssprachlich auch nach seinem Konstrukteur Dr. Ernst Fuhrmann als Fuhrmann Motor bezeichnet wird. Im Anglo-Sprachraum wegen seiner über Königswellen angetriebenen 4 Nockenwellen wird dieser Motor auch 365 4Cam genannt. Der neue Besitzer des Fahrzeugs bemängelte unrunden Leerlauf, mangelnde Leistung und abnormale Motorengeräusche. Der Motor sollte kurz vorher überholt worden sein, wie sich zeigt mit Unkenntnis zu den Arbeiten an diesem Motor Typ. Nach einem kurzen Intro erfolgt die Diashow. Die Überprüfung von Zündung und Vergaser ergab keine Mängel. Daraufhin haben wir ein Kompressionsdruckdiagramm erstellt. Hier zeigt sich, dass der vierte Zylinder am gravierendsten, aber auch der erste und zwei Zylinder über zu wenig Kompressionsdruck verfügen. Nach behutsamer Entfernung des Öls vom Metallsiebölfilter sind deutliche Ablagerungen von Dichtmittelresten, aber auch Metallpartikel erkennbar. So sieht der Ölfilter gereinigt aus. Da von einem größeren Motorschaden auszugehen war, haben wir auf eine Endoskopie verzichtet. Den Motor ausgebaut und zur weiteren Diagnose auf einen Motorbock montiert. Und hier ein erster Blick auf die fantastische Ventilsteuerung über Königswellen. Bis auf die Tatsache, dass das Flankenspiel der Zahnräder, welches mit Nullspiel eingestellt wird, teilweise erhebliches Spiel aufwies und einige Ventile zu viel Spiel hatten, waren zunächst keine Schäden erkennbar. Zwei Gummikühlluftverschlussstopfen waren altersbedingt ausgehärtet und waren nach unten gerutscht. Zur weiteren Demontage haben wir, damit keine Kleinteile in den Ventiltrieb fallen die Ventildeckel zunächst wieder montiert. Im Bereich des zweiten Zylinder ist oberhalb am Zylinderkopf eine Kühlrippe abgebrochen. Dies beeinträchtigt die Kühlleistung jedoch nicht signifikant. Offensichtlich ist im Laufe der Zeit wohl der Deckel für die Ölpumpe abhandengekommen. Der Exklusivität des Motors wird der Ersatz mit einem Flacheisen nicht gerecht. Am Zylinderfuß des dritten Zylinder besteht ein rechter Ölverlust. Die schnelle Überprüfung der Steuerzeiten ergab erheblich falsche Steuerzeiten. Zur genauen Überprüfung der Ventilsteuerzeiten haben wir eine Gradscheibe angebracht. Offensichtlich waren die Monteure, die vormals an dem Motor gearbeitet haben, völlig überfordert mit der Materie. Anders lassen sich die diversen älteren und neueren und überdies unnötigen Markierungen an den Schwunggewichten der Nockenwelle nicht erklären. So zeigt sich auch gleich nach der Demontage der Zylinderköpfe das ganze Schadensbild und die Ursache für den Kompressionsdruckverlust. Berührung zwischen Kolben und Ventile an mehreren Zylindern. Teilweise älter, teilweise aktuell. Ursächlich hierfür ist die falsche Einstellung der Ventilsteuerzeiten. Ein Auslassventil ist deformiert und mit Rissen übersehen. Das Einlassventil ist krumm und sitzt in Folge nicht gleichmäßig auf dem Ventilsitz auf. An einem anderen Auslassventil ist ein Stück herausgebrochen. Bevor wir die Zylinderköpfe zerlegen, eine kurze Erläuterung zum Nockenwellenantrieb. Hier sehen wir die Auslassnockenwelle der Zylinder 1 und 2. Diese wird von einer hohlgebohrten Welle angetrieben, die aus dem Motorengehäuse kommt und den Zylinderkopf mit Öl versorgt und die Auslassnockenwelle antreibt. Das Zahnrad der Auslassnockenwelle treibt wiederum die Übertragungswelle nach oben zur Einlassnockenwelle an. Hier der Antrieb der Einlassnockenwelle mit dem Antrieb über die von unten kommenden Übertragungswelle. Und hier die Bohrung im Motorengehäuse, an dem die Grundeinstellung nicht stimmt. Fluchten sollten hier nicht die inneren gelben Markierungen mit den äußeren, sondern die mit den Pfeilen gezeigten Markierungen mit den gelben gekennzeichneten äußeren Kerben am Motorengehäuse. Die Ventilkeile sind falsch montiert. Der Spaltabstand sollte gleich sein. Nach der Zerlegung des Ventiltriebs zeigten sich weitere Schäden am Zylinderkopf. So war ein Ventilsitzring derart lose, dass dieser von Hand gedreht werden konnte. Wenn dieser im Betrieb herausgefallen wäre, hätte dies einen noch erheblicheren Motorschaden zur Folge gehabt. Die Überprüfung des Motorengehäuse ergab einen krummen Stehbolzen, siehe roter Kreis. Nun folgen die letzten Bilder der Zerlegung. Der Motor hat in der Geschichte schon so einiges über sich ergehen lassen müssen. So wurde das Motorengehäuse schon einmal in Folge eines Plollabriss geschweißt. Ich hoffe, die Bilder haben tiefere Einblicke in die 356 Carrera-Motore ermöglicht. Wenn das in Kürze erscheinende Video vom Wiederaufbau des Motors von Interesse ist, einfach den Kanal abonnieren. Es folgen darüber hinaus bald weitere Carrera-Videos. Vielen Dank für das Interesse.